Der Pop-Up-Store wurde initiiert von Johanna Bürke. Die trägt die Idee jetzt schon seit zwei Jahren mit sich herum und es geht darum also durch den Laden noch mal Aufmerksamkeit auf ihre Produkte zu werfen und sie ist jetzt auch erst vor sechs Monaten oder sieben Monaten nach Bayreuth gezogen aus Nürnberg und es geht darum einfach halt noch mal so zu sagen hey ich bin jetzt hier, guckt was ich habe. Ich bin darüber mit dazu gekommen, ich habe Johanna kennengelernt durch das kreative Netzwerk Kyko, was hier ein kreative Netzwerk im Raum Fichtelgebirge ist und sie hat mir von der Idee erzählt und ich habe gesagt hey finde ich geil will ich mit dabei sein. Bei mir war es halt durch das Netzwerk von den selbstständigen Frauen, dadurch sind wir drei auch untereinander bekannt geworden, das hat sich dann quasi zusammengefunden. Zu kaufen gibt es hier Kleinkunst, es gibt handgebundene Bücher und Schachteln aus meiner Werkstatt mit raus, es gibt die Poster und Prints und Buttons von Let's go time, die angezeichnet sind von der Lena, wir haben die Porzellanmanufaktor Chloria stellt mit aus, Koffitur, Becher, kleine Tassen, die Julia Förster-Otter mit ihrem Glasschmuck, den sie in St. Georgen herstellt, wird ausstellt, die Andrea Wunderlich, die Kalligrafin mit ihren Postkarten und Schiefertafeln, die beschriftet sind von ihr, dann haben wir auch Musik von Merci Bielefitz und alles was das Herz begehrt, ganz viele tolle Einzelstücke und handgemachte Sachen, neue Lieblingsteile für jeden. Ich wollte einfach irgendwas mit Medien machen, ich habe angefangen, ich habe eine Ausbildung zur Fotografin gemacht und bin dann danach noch ins Studium nach Bielefeld, habe Kommunikationsdesign studiert und bin direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit und bin jetzt eben hier in Bayreuth selbstständige Grafikerinnen, Fotografin und Illustratorinnen. Und dazu gekommen bin ich aus Freude am Kreativsein und weil es mir einfach liegt. Bei mir wäre es im Grunde ein bisschen längere Vorgeschichte, aber kurz umgefasst, ich bin eigentlich über Kirchen und über das Thema Restaurierung zum Buchbinder gekommen. Zu damaliger Zeit war noch eine Praktikumspflicht mit dabei und diese Praktikumspflicht hat mich quasi zur Lehre geleitet und seitdem bin ich einfach dem Papier und der Buchbinder reinverfallen und nicht wieder rausgekommen. Das Besondere ist vor allem, dass wir hier nur von regionalen, kreativ schaffenden Frauen die Produkte hier ausstellen. Alles kleiner Unternehmen, eben alles von Frauen und aus der Region mit ganz viel Herz und Liebe für ihren Job und fürs Detail. Also es ist jetzt das erste Mal auf jeden Fall, aber wir haben schon im Hinterkopf natürlich dann auch damit weiterzumachen. Man muss jetzt mal schauen, wie es jetzt nach dem Laden so ist für uns, aber wir haben schon im Plan in Bad Berning vielleicht was zu machen in Kooperation mit der Kyko, mit dem kreativen Netzwerk. Und dann haben wir auch in der Festspielzeit, wäre eigentlich auch nochmal eine sehr schöne Zeit, gerade in Bayreuth. Und generell, genau durch die Wirtschaftsförderung sind wir auch, durch das Leerstandsmanagement haben wir jetzt auch Kontakte mit der Saalmitte, mit Macht Spiele, die auch vorher hier drin waren, geknüpft. Wo auch schon der Gedanke ist, vielleicht auch ein gemeinsames Projekt noch zu machen, um einfach, also es geht ja darum, den Leuten zu zeigen, wie kreativ man Leerstand nutzen kann und wie gut es auch wieder für die Leute ist, aufzuzeigen, hey, hier gibt es einen Laden oder eine Räumlichkeit, die eigentlich leer steht und die kann aber so bespielt werden. Und ich meine, natürlich sind wir da dann auch ein bisschen der Vermittler für die Vermieter, zu Interessenten dann danach. Und Bayreuth belebt es natürlich auch, weil gerade auch in der Innenstadt, individuelle kleine Läden, hat es im Grunde ja kaum in der Innenstadt, sind halt drei Räumitäten. Und gerade durch diese Gemeinschaftsprojekte ist es halt auch viel einfacher, möglichst auch mal in die Innenstadt zu gehen und sich zu zeigen und die Leute aufs Handwerk, auf die Kunst, auf Design mit aufmerksam zu machen.